Ich bin der purer Daniel, bin 18 Jahre alt und arbeite bei der Straßenmeisterreise als Straßenerhaltungsfachmann. Mein Arbeitsalltag schaut so aus, wir kommen in der Früh um 6.30 Uhr in der Firma zusammen, wo dann die Dienstbesprechung gemacht wird, wo die ganzen Leute geteilt werden, wer was zu machen hat und wo die ganzen Baustellen sind. Oder wir kommen um 6.30 Uhr direkt auf Baustellen, wo auch die Arbeitseinteilung gemacht wird, die ganzen Werkzeuge herkriegt werden und dann hier gearbeitet wird. Ich habe mich für das Land Oberösterreich entschieden, weil es ein sehr abwechslungsreicher Bereich ist, weil ich viele Ausbildungsmöglichkeiten habe, viele Aufstiegsmöglichkeiten und weil ich auch beim Land Oberösterreich genauso genommen werde, wie ich bin. Bei uns ist es ein sehr großer Aufgabenbereich mit verschiedenen Arbeitssachen zu machen. Das Klima von den Arbeitskollegen her ist sehr gut und ich habe auch viele Ausbildungsmöglichkeiten. Ich bekomme viel Unterstützung, die ich brauche und wenn ich Fragen habe, kann ich jederzeit nachfragen und ich bekomme immer Hilfe und antworte auf meine Fragen. Das Spannendste war die Berufsschulzeit in Freistaat. Da habe ich viele neue Freunde kennengelernt, die, die bis heute noch aktiv sind, die Freundschaften. Dann die Ausflüge von der Berufsschule. Wir sind in der Bauma in München draußen gewesen. Das ist eine Baumaschinenmesse, wo du auch viele neue Sachen gesehen hast und gelernt hast. Und das, was ich auch noch viel klasse finde, ist, dass bei den Lehrlingen der Lkw-Führerschein finanziert wird. Bis zum nächsten Mal.